Corona verursacht Schäden an Organen, bleibende Schäden. Hallihallo, ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Bitte entschuldigt. Ich weiß, die Qualität ist nicht so gut. Ich habe hier nur meinen Laptop. Ich bin hier im schönen Ungarn und habe hier auch nur dieses Headset. Und es geht aber ja nicht um die Qualität, sondern es geht um die Inhalte. Und wie immer geht es mir nicht um meine Meinung, sondern durch die Vernetzung werden wir bewusster. Ich lese immer wieder diverse Sachen und manchmal muss ich es dann einfach gleich kommentieren, weil es einfach so weh tut. Diese Dummheit, jetzt gerade habe ich wieder gelesen, dass Ärzte irgendwo behaupten sollen, Corona, das hinterlässt Schäden an Organen und was ist denn da eigentlich los? Und wie immer ist es nur eine ganz spezielle Sicht auf diese Dinge und es entspricht nicht der Wahrheit. Wieso entspricht es nicht der Wahrheit? Also zuerst einmal in der Medizin, das ist nichts Neues, dass gewisse Sachen Schäden hinterlassen. Vielleicht kennt ihr das selber. 100 Menschen hatten einen Schnupfen, zwei, drei davon verlieren plötzlich den Geruchssinn. Oder behalten eine rinnende Nase. Anderes Beispiel. Ich habe Patienten mit Gesichtsschmerzen, die sehr viel brössen in der Ordination. Die entwickeln Kiefergelenkschmerzen von 100 Patienten, die kriegen dann zwei wirklich Probleme, dass sie zum Beispiel den Biss nicht mehr finden oder dass sie bleibende Schmerzen haben oder dass ein Tinnitus sich entwickelt. Das heißt, es ist nichts Neues in der Medizin, dass es von hunderten Menschen dann immer wieder ein Zwei gibt, wo etwas Bleibendes bleibt. Die Medizin hat für dieses Phänomen sogar Worthülsen entwickelt. Die Restitutio ad integrum, da ist alles wieder gut abgeheilt. Und dann gibt es die Reparatio. Und die Reparatio, die kann man dann noch einmal unterteilen in Restitutio ad Funktionem und Restitutio cum defectum. Und ihr könnt es euch jetzt vorstellen, wenn es also in der Medizin für sowas sogar Worthülsen gibt, dann ist das nichts Außergewöhnliches. Das kommt heute vor, dass nach einer Erkrankung oder nach einem Unfall oder auch sogar nach einem psychischen Leiden dann etwas überbleiben kann. Zum Glück ist das sehr selten. Und jetzt überlegen wir uns das einmal bei diesem Corona. Also wir haben, wie es scheint, diese Sequenz jeder in uns. Das haben wir jetzt gesehen in Island, wo man die Gesunden getestet hat. Und da hat man gesagt, hoppala, die haben diese Information in sich, haben keine Symptome. Ich lasse jetzt die Worthülse Virus. Also die haben das Virus in sich und haben überhaupt keine Probleme. Gut, dann haben wir ein paar Kranke. Die werden also krank. Die meisten davon am banalen Schnupfen. Haben auch keine Probleme. Heilt alles wieder aus. Dann haben wir viele, viele Alte. Und bei manchen reicht dieser terminale Infekt eben, dass das Leben ausgelöscht wird. Das war auch vor Corona so. Und ganz wenige, junge und alte, können dann zum Beispiel irgendeinen bleibenden Schaden davontragen. Kann ich dann aber sagen, bei der vielen Anzahl, bei dieser Menge an Menschen, die das Virus in sich haben, die keine oder leichte Symptome haben, kann ich dann bei diesen Einzelfällen dann behaupten, Du, das hinterlöst bleibende Schäden und das ist was ganz was Neues. Und ihr seht hier schon, wie die Dinge verzehrt werden. Denn für einen Arzt, der im Leben steht, für den ist das nichts Neues. Das beobachtet man leider immer wieder. Und wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, wie viele Menschen diese Information in sich tragen, also dieses Coronavirus und wie wenig da eigentlich aufpoppt von diesen Sonderfällen, dann kann ich ja nicht sagen, das ist was gefährliches. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie geht man dann mit solchen Ärzten um? Oder generell, wie geht man eigentlich mit diesen ganzen Menschen um, die jetzt bei Corona einfach völlig wegkippen? Ganz einfach wie immer, ganz emotionslos. So wie ich jetzt emotionslos über gewisse Dinge rede und sie zerlege, dann sollte man, angenommen die Guten gewinnen, die, die das Licht oder die Wahrheit suchen, die, die nach Fakten und Daten gehen, dann sollte man dann jene, egal ob Journalisten, ob Richter, ob Staatsanwälte, egal ob Ärzte, einfach dann zur Verantwortung ziehen und sagen, du Schatz, wir sind nicht böse, ihr habt es jetzt 10 Jahre probiert, ihr habt es 10, 15, 20 Jahre praktiziert oder studiert und habt es eigentlich das Wesentlichste nicht erkannt und somit, wir kennen euch die Approbation ab, sucht euch einen anderen Job und wir vergessen das Ganze. Das wäre eigentlich der richtige Weg, denn wenn ich als Arzt immer wieder Behandlungsfehler mache oder einen Blödsinn fabriziere, ja, dann wird mir auch die Approbation aberkannt und ich darf nicht mehr behandeln. Und genau das sollten wir bei Corona auch machen. Aber nicht wütend, nicht böse, nicht dem anderen eines auswischen, sondern wieder mit Liebe sagen, du, es ist ja egal, wir als Gesellschaft leisten so viel, wir können dich auch ohne Job erhalten. Aber es ist einfach viel besser, wenn du nicht mehr auf die Menschen losgelassen wirst, denn wenn du nach 10, 20 Jahren nicht verstanden hast, dass es so eine, zum Beispiel in dem Fall, diese Restutizio ad Integrum gibt oder eben eine Defektheilung gibt und dass das immer wieder vorkommt und wenn du diesen Anlass dann so verdrehst, nur wegen Ego-Spielchen, damit du zum Beispiel im Fernsehen bist oder damit du scheinbar zur richtigen Seite gehörst, dann hast du von der Medizin nichts verstanden, weil du solltest eigentlich die Erkenntnis verfolgen und nicht deine persönlichen Ziele, denn die Medizin, da geht es darum, dass ich dem anderen, dem Gegenüber, diesen Laien, helfe, gesund zu werden. Und wieso mache ich das? Weil ich für sein Geld, für das Geld, das seine Eltern, seine Großeltern bezahlt haben, studieren habe dürfen und mir Wissen aneignen habe dürfen. Und dieses Wissen sollte ich jetzt nach bestem Wissen und Gewissen weitergeben. Gut, das heißt, wir haben jetzt einmal abgehandelt. Ihr wisst, wenn ihr wieder irgendwo mal so einen Blödsinn lest, wo ein Arzt behauptet, ja, das hinterlässt Schäden an Organen, das ist in der Medizin nichts Neues, da haben wir dafür auch die passenden Worthülsen. Wenn man sich die Daten anschaut, wo dieses Anführungszeichen Virus eigentlich überall gefunden wird und wie wenig dann folgende bleibende Schäden haben, naja, dann ist es halt so, so wie es bei allen Erkrankungen ist. Und sowas hat es auch vor Corona gegeben, dass Junge, scheinbar Gesunde, dann an irgendeiner Banalität verstorben sind. Ja, das hat es gegeben. Das wird es vor Corona, mit und nach Corona geben. So ist eben das Leben. Das Leben ist nämlich so gefährlich, stellt es euch vor, das hat noch keiner überlebt. In diesem Sinne, alles Liebe. Das war's mir. Ich weiß g seize, stated er iTunes,